Das Hotel Bresas Trinidad del Mar liegt in Playa Ancon in Kuba Südküste. Die Mehrzahl der Hotelgäste empfiehlt das Hotel weiter. Insgesamt hat das Hotel Bresas Trinidad del Mar eine Weiterempfehlungsrate von 62%. Vergeben wurden von den 228 bewertenden durchschnittlich 3,8 von 6 Sonnen. Dies deutet darauf hin, dass es an einigen Stellen noch Verbesserungspotenzial bei dem Hotel gibt. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4,2 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4,2 von 6 Sonnen wert. Service Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 4 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Sauberkeit und Zustand des Hotels sind gut und erhalten eine Bewertung von 3,9 von 6 Sonnen. Gastronomie Gastronomisch bietet das Hotel in den Augen der meisten Gäste eine zufriedenstellende Leistung. 3,6 von 6 Sonnen lautet die Durchschnittswertung, Lage und Umgebung. Für die zufriedenstellende Lage des Hotels vergeben die Gäste 3,5 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.